Mensch, da sind wir auch schon mit einem Scheiß der Raten. Obwohl wir liegen... Obwohl... Diesmal sitzen wir richtig in der Tinte. Fünf Einheiten. Die sind so stark. Oh Gott, ich werde sie niemals besiegen, nein Schmarrn. Also, ich sag euch jetzt erstmal, was hier alles kommt. Hier oben kommen Lanzen, Kämpfer. Soldaten. Wir bekommen hier eine neue Einheit, die sich direkt weiterentwickeln wird. Beispielsweise hier Eglar, Kommandant von Céline, untersteht Lanzen. Eglar ist quasi eine weiterentwickelte Einheit und zwar würde ein Sane und Kent sich zu einem Rittmeister weiterentwickeln. So, ich gehe am besten mal auf Formation. Formation. Ist das Sane? Ja. Er geht nach unten. Und mein Backup-Sister-Ratter kann ruhig da bleiben. Nils geht auch mit hier runter. Mein Schütze geht aber nach oben. So, das ist meine Formation, weil hier kommen Banditen und hier kommen Banditen. Und die kommen, glaube ich, Kavaliere. Ne, nur hier kommen Kavaliere. Hier kommen noch mehr Banditen. Und die kümmern sich Will und Sane. Dockers macht sich um die Soldaten, die hier oben kommen. Florina, guck, was sie tun kann. So, das war's auch schon. Und los. Andreas, lasst mich euch bitte führen. Sicherlich wisst ihr, dass wir, äh, Diebe, wenn ihr so wollt, uns im Nebel sehr gut orientieren können. Folgt mir. Guckt jetzt euch den Dicken mal an. Ihr seid, ihr seid also gekommen? Ah, ihr, ihr seid Lord Wallace. Kent, wer ist das? Früher war er Kommandant, der Ritter von Selin. Solltet ihr nicht im Ruhestand sein? Ich hörte, ihr wurdet nun, nun, Felder bestellen. Das, das bin ich und das tat ich. Dann erhielt ich Befehl von Lord Langren. Mir wurde aufgetragen, eine Betrügerin und zwei gefallene Ritter aufzubringen. Lord Wallace, sicherlich glaubt ihr nicht, dass wir Eibbrecher sind, oder? Bringt mir das Mädchen, das von sich behauptet, Lady Madeleines Kind zu sein? Wie lautet eure Absicht? Wenn mir nicht gefällt, was ich sehe, nehme ich sie gefangen. Davon werden wir euch abhalten. Ihr, mich abhalten, ihr müsst. Genug. Hier bin ich, ich bin Lindes. Oh. Oh. Ich verstehe es, wenn ihr mir kein Glauben schenkt. Aber ich habe genug von euch und eurem närrischen Haltungen. Hm, welch wunderschöne Augen. Verzeiht? 30 Jahre war ich, 30 Jahre lang war ich ein Ritter. Eines habe ich in dieser Zeit gelernt. Jemand mit Augen, die so strahlen und ehrlich sind wie die euren, kann kein Betrüger, kann kein Betrüger sein. Ha, ha, ha. Ja, ha. Ich mag euch, junge Dame. Ich glaube, ich werde mich sogar auf euren kleinen, seltener Trub anschließen. Meint ihr, meint ihr das ernsthaft? Ich alter Boller schwor einst meine Loyalität gegenüber Selig. Niemals würde ich einem Thronräumer meine Unterstützung gewähren. Marschieren wir los. Lord Wallace, er hat sich überhaupt nicht verändert. Ich mag ihn. Er ist ehrlich. Das ist für wahr. Er verdient unseren Respekt. Beweckt. Du, du, du. Eigentlich wollte ich meinen Lebensabend in Frieden auf meinem Hof verbringen. Aber was soll's? Andreas, es scheint, als würde ich einmal mehr zu den Waffen gerufen werden. Andreas, ihr seid der Strateger dieser Gruppe, korrekt? Wie lauten eure Befehle? So, wir müssen jetzt ihn bewegen. Andreas, lasst euch meine Macht zeigen. Erteilt mir den Befehl. Haha, euch ist also mein Ritterwappen aufgefallen? Ihr habt die Augen eines Adlers. Nachdem ich das Wappen eingesetzt habe, werde ich sogar noch stärker sein. Ein erschreckender Gedanke, nicht wahr? Hahaha, worauf wartet ihr noch? Wer fehlt mir, das Ritterwappen einzusetzen? Bitte Ritterwappen verwenden. Jetzt guckt hin. Bäm. Alter. Plus 4Kp. Plus 2 Stärke. Neue Fähigkeit axt. Haha, sich her, ein riesen Wandel unter euch. Meine Abwehr ist undurchdringlich. Komm, brechst eure Waffen an meiner Brust. Du bewegst dich jetzt erst mal nochmal. der 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 die 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 vor der Erfahrung Spreins das ist klasse Ja, ich bin zu dick. So, du klausst ihm seine Lanze. Weil er soll nicht angreifen. Der ist viel zu stark. So, du haust ab. Er geht da hin. Du auch. Will stellt sich da hin. Imchen stellt sich da hin. Du stellt sich hier in den Wald. Und Lund hier hin. So, habt ihr gesehen? Hier sind jetzt alle nachgespawnt. Und tschüss. Ach, ist das schön, wenn die Gegner keine Chance haben. Da fehlt jetzt zwar die ganze Dramatik, aber ich mag es irgendwie nicht spannend. Ich bin so larmarschig. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Hier. Ich mach das einfach so und gestochen. Hat der Harfe. Oh, der trifft nicht. Komm. Verbein. Verkackt. Du hast das Schwert noch ausgerüstet, oder? Jo. Besuchen. Hey, habt ihr Fuckeln dabei? Was? Habt ihr nicht? Dichter Nebel zieht auf und ihr habt keine Fuckeln. Da draußen ohne Fuckeln herumzulaufen ist gerade zu... Nun ja, es ist lächerlich und dumm. Hier, nehmt eine von meinen. Erzündet sie, wenn der Nebel dichter wird. Und ihr werdet besser sehen. Hm. Nein, nicht doch jeder wert. Ich weiß alles über euch und eure Kameraden. Wir alle nun. Nicht einer von uns glaubt, was noch lange über euch verbreitet. Wir alle wollen dem Marquis und seiner rechtmäßigen Erben helfen. Viel Glück. Du erhältst Fackel. Schmeiß deinen Alten weg. Hey, Mitte. Brauch keine Sau. Das braucht niemand. Keine Mensch, Mann. Tut es benötigen. Und du stellst dich da einfach hin. Und er setzt Magie ein. Brr, Motherfucker. Verdammt. Verdammt, der ist rausgerivieren. Eisen Lanze ausrüsten. Yay. Ui, ich treffe zu 14 Prozent. Ich werde sowas von treffen. I'mato. Zeitsbauern alle nach. Oh je. Kürtel und sieben schnitz ja hier werde ich mit dem Turnieren wunderbar das war es durch die Stoffdruck 2 Stippen und schießt so zu tun er um da ist schädig mit viel zu hart für dich die zu tun schädig du sie verkackt ich hab voll verkauft das ist mir noch nie aufgefallen Andreas Nebel zieht auf ein Feind den wir nicht sehen können können wir auch nicht treffen haltet alle alle die Augen offen ja der schafft sich hier Fackel verwendet nötig so das ist mein mein Wandel der Berg mit viel Verteidigung der hier überall nichts macht aber mehr von dem Wandelnden Berg sehen wir im nächsten Part bis zum nächsten Mal Ciao!